Herzlich Willkommen und Freunde zurück zu Nexamon Extinction. Ja im letzten Part haben wir die Titane, ne die Tyranten haben wir alle in unserem Team geholt und jetzt sollen wir aufbrechen, nicht zum Turm, sondern zum Waisenhaus. Ich erinnere mich natürlich, ich erinnere mich. Nein, 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 ich wollte nicht da einfach so hinrennen. Ich weiß genau, wo wir hin müssen und zwar zum Waisenhaus. Da ist es. Zack, 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 zack. Blimm. Oh Gott, da sind schon alle. Die Bewacher. Hey, was ist hier los? Es gab Berichte über Abtrünnige in der Nähe dieses Gebäudes. Verschwinde hier, sonst werde ich... Das ist ein Großmeisterabzeichen. Es tut mir leid, Moritz. Die Neuigkeiten deiner Beförderung verbreiten sich nur langsam. Du willst, dass wir diesen Ort verlassen? Aber was ist mit den Abtrün... Ihr Narren. Die Abtrünnigen haben keine Chance gegen Großmeister Moritz. Ihr habt recht. Natürlich. Wir überlassen das euch. Oh. Stimmt ja, wir wurden auch Großmeister, Leute. Das habe ich wiederum verdrängt. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Wir sollten später noch nach mehr Wegen suchen, das auszunutzen. Wie auch immer. Wir sollten uns fürs Erste mit den Abtrünnigen treffen. Stimmt. Ich möchte mal ganz gut... Ich möchte jetzt echt was ausprobieren. Ich möchte jetzt einfach random mit einem Typen reden. Vielleicht können wir dem irgendwas befehlen. Gib uns eine Nextra Traps oder whatever. Hier sehe ich jetzt gerade keine. Da ist einer. Komm. Die Gilde hat viele kleinere Außenposten auf der ganzen Welt. Ich kann nicht glauben, dass sich ein Tyrant dazu entschlossen hat. Wow. Okay. Na gut. Ich dachte, wir könnten ihn irgendwie erpressen oder sowas. Schade. Ach, jetzt bin ich hier wieder falsch, ne? Oh Gott, ey. Ne, hier wollen wir auch nicht hin. Eisenhaus. Danke. Danke, danke. Dann wollen wir mal rein, ne? Dann wollen wir mal rein. Oh, noch scheint hier alles gut zu sein. Oh, ist das wahr? Moritz? Du hast gegen Tyranten gekämpft? Du warst vor nicht allzu langer Zeit nur ein Neuling. Ja. Ich weiß, ich weiß. So, wo sind die kleinen Schnabauken? Hier ist auf jeden Fall keiner. Der da unten sieht ein bisschen aus wie Will Underwood. Ich würde es nur gesagt haben, ja? Bevor das die Kommentare sagen. Die ich eh nicht bekomme. Okay, hier ist auf jeden Fall auch keiner. In meinem alten Schlafgemach. Ich finde es gut, dass die Mädchen und Jungs in einem Schlafzimmer schlafen. Finde ich gut. Sollte man auch generell immer so machen. Mischen. Mischen ist das A und O. Ach, da sind sie. Sitzen alle am Tisch. Moritz. Ich habe von deiner Beförderung gehört. Meinen Glückwunsch. Dann ist es ja fast schon schade, dass es eventuell keine Gilde mehr geben wird, wenn wir unseren Plan durchziehen. Haha. Das ist nicht lustig. Das ist es, ja. Nun, da du ein Großmeister bist, kannst du dein eigenes Luftschiff nehmen und Vardos aus der Stadt einführen. Wo ist eigentlich Lydia? Ach, dies steht da oben. Deine Tyranten werden ihn besiegen. Und du wirst der rechtmäßige König der Nexemon sein. Mit deiner Erlaubnis, Moritz, werde ich meinen Leute anweisen, das Luftschiff vorzubereiten. Keine Sorge, Moritz, wir halten dir den Rücken frei. Es ist, als hätte ich nie versucht, dich als Geisel zu nehmen. Haha. Oh, meine Güte, hast du auch versucht, ihn als Geisel zu nehmen? Wie großartig. So unorigin. Ich habe stattdessen seine Freunde als Geisel genommen. Lang lebe, Moritz, Kaiser der Tiere oder so ähnlich. Ich hasse jeden einzelnen von euch. Moritz, es gibt nur eine Sache, die du tun musst. Du musst mit Vardos sprechen. Dann besuche ich ihn auf der Spitze des Turms. Hey, bist du verrückt geworden? Warum sollten wir alleine zu ihm gehen? Bitte, glaubst du wirklich, wir können Vardos mitten am Tag entführen? Wir müssen Vardos ablenken. Als Großmeister bist du der Einzige, der Zugang zu den oberen Stockwerken hat. Nur dann haben wir eine Chance, ihn von der Stadt wegzubekommen. Das Luftschiff ist bereit, Vardos an eine weit entfernte Insel zu bringen. Die Tyranten warten und sind bereit für den Hinterhalt. Alles, was noch bleibt, ist, dass du ihn ablenkst. Die nächsten Stunden werden die Zukunft unserer Welt entscheiden, Moritz. Du musst als der wahre König der Monster in Erscheinung treten und diese böse Kreatur vernichten. Das heißt, glaube ich, ich sollte mich nochmal arg drauf vorbereiten, dass ich mir Sachen kaufe und sowas. Okay. Aber ich glaube, so langsam nimmt das Spiel auch seinen finalen Part ein, oder? Es hört sich schon alles so ein bisschen final an, dass wir es dann geschafft hätten, haben. Weil man hat ja jetzt hier nicht so wirklich das Hauptziel, ne? Äh, sowas wie... Hier, nach der Liga und fertig bist du, ne? Hier hat man jetzt das Gefühl, dass danach fertig ist. Nachdem man Vardos besiegt hat, war es das dann. Man muss keine Arena mehr bekämpfen und sowas. Und, ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Als erstes wollte ich mal eine Nexomon heilen, die eigentlich geheilt sind. Und dann wollte ich einkaufen. Natürlich in der teuersten Stadt. Aber wir sind Großmeister. Das heißt, jetzt müsste eigentlich einiges viel für preiswerter sein, oder? Ja, sieht gut aus eigentlich. Oh, weiß ich nicht, ob das so gut aussieht. Äh, 10. Bestätigen, ja. Eta können wir auch mal ein paar kaufen. Ich meine, die haben wir eh noch nie so großartig genutzt. Äh, so. Hier 120 auf jeden Fall. Aber machen wir mal 20, ne? Die sind nämlich echt praktisch. Und die sind auch mega praktisch. Kaufen wir auch nochmal so 14. Vielleicht auch nochmal 90er. So. Und... Wiederbelebung hätte ich nur ganz gerne. Oder haben wir das hier? Ne, ne? Wiederbelebung habe ich nicht gesehen. Doch, hier. Haben wir das gekauft? Ich weiß nicht, ob wir... Ach, 20. Ja, ich glaube, wir haben es gerade gekauft. Okay. Cool. 79, aha. Okay. Dann wollen wir mal auf die Turmspitze gehen. Ich bin gespannt. Ich werde mit euch da greifen und so leicht und direkt an, oder? Ist denn da schließlich auch ein Türrand? Hm. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen. Oh. Okay, dahin müssen wir. Diese Tür führt zu den oberen Stockwerken des Turms. Dort werden wir Vardos finden. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, wirst du sicher als der wahre König der Monster angesehen, Moritz. Nimmst du niemanden in diesem Raum Augenkontakt auf, Moritz? Okay. Nimmst du niemanden in Augenkontakt? Okay, okay. Heißt, ich gehe einfach hier hinten entlang, oder was? Ja. Ha, 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 ha. Äh. Was ist hier denn los? Moritz, mein König. Wir haben versucht, dir den Weg frei zu machen, aber einer ihrer Tamer ist viel zu stark. Du musst vorsichtig sein, Sir. Ach, ich wusste doch, dass man hier wieder kämpfen muss. Kann ich den nicht wiederbeleben? Ach, das ist bestimmt unser Rival, oder? Oh, ne, er. Hier ist er, Sir. Du hattest recht, Moritz steckt hinter diesem Chaos. Lass uns alleine wachen. Du musst mir was erzählen, König der Monster. Du bist in einem menschlichen Waisenhaus aufgewachsen, nicht wahr? Wie war das? Es war ziemlich schmutzig, Ort. Ich rede mit dir, Moritz! Dieser Ort war einst auch mein Zuhause. Wegen dieser Tyranten. Wegen deiner abscheulichen Art. Wie kannst du es wagen, Moritz? Wie kannst du es wagen, zwischen meinen Brüdern und Schwestern zu leben, Moritz? Mir ist Amelies Haus dir ziemlich egal. Es ging niemals um Vardos. Ich wurde Tamer aus einem und nur aus einem Grund. All der Terror und all das Leid, das deine Art mir zugefügt hat, das sollte ich dir zurückgeben. Oh Gott. Du wirst unseren König nicht schaden. Oh, oh, wer ist denn da? Wir sind das Schwert von Moritz. Wir sind hergekommen, um seinen Sieg sicherzustellen. Oh Gott, die sind doch jetzt gleich alle tot, oder? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Die Power Rangers. Attacke, Angriff. Oh nein, die liegen da jetzt eher alle. Ja, war klar. Mann. Wir kennen diese Leute nicht. Nun komm, Moritz. Deine Zeit ist abgelaufen. Oh nein, jetzt müssen wir doch gegen ihn kämpfen. Oh, ich hab's mir schon gedacht. Ist das jetzt... 61? Nee. Nee. Das ist doch jetzt ein Witz. Diese 61? 60? Oh, okay, okay. Er hat sich selbst bestraft. Das... Das klappte schon mal sehr gut. Aber jetzt wird's, glaub ich, sehr hart. Jetzt wird's wirklich hart. Äh, 57. Okay, du bist wahrscheinlich unser größter... Oh ja, super. Oh, hat Kani Nui, ne? Ich sag dir eins, ne? Solltest du irgendwann in Pokémon vorkommen, ne? Du kommst auf jeden Fall in mein Team. Oh, scheiße, jetzt hab ich eine Attacke eingesetzt. Oh, scheiße, jetzt ist Kani Nui tot. Äh, ja, dich opfer ich einfach. Obwohl, eine Attacke können wir eh machen mit ihm. 43, sehr schön. Oh, noch eine Attacke können wir machen. Da er verfehlt hat. Sehr schön. Ey, da stand gerade. Eingefroren, ja? Das ist ja hier ein Witz wieder. Egal. Wir holen mal eben hier unseren Freund zurück. Kani Nui. Denn den brauchen wir. Er macht irgendwas. Dann können wir den auch noch vollheilen. Äh, mit 10, oder? 40, ja. 40 reißt. 105. Aua. Das tut weh. So, Kani Nui. Du bist wieder da, ne? Ziegeisier, bitte. 63, nice. Wie viel macht der? 30. Okay, 30 ist gut. 80. Oh, Kani Nui. Du bist ja mega gut. Äh. Du, 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 du. Machen wir mal das hier. Zack. Oh, gut. Er hat gewechselt. Perfekt. Das ist echt gut. Ach, oh, 28 nur. Okay. Den hier müssen wir gleich irgendwie anders besiegen. Wird sich in den nächsten zwei Runden absichern. Immer mit mindestens 1 LP überleben. Ah, sehr interessant. Wir machen Psyga- Psyga- sehr einfach. Ähm. Ja, ich muss schon angreifen. Oh, super. Kannst du noch einen Schaden hier raushauen. Denn Kann die Nui, muss ich später wiederbeleben. Okay. Na gut. Muss ich gleich wiederbeleben. Dann nehmen wir jetzt Darina. Angriffen mit... Angriffen mit... Super, Schlag einfach. 47, okay. Verfehlt. Perfekt. Sehr gut. 25 macht nicht so viel. Und nochmal, komm. Sehr schön. Sehr gut gemacht. So. Da muss er auch jetzt reinhauen. Weil Kann die Nui kann... Oh, gegen den einen nicht so viel machen. Aber... Oh, was ist das denn für ein cooles Ding? Oh, das sieht cool aus. Sieht echt nice aus. So, hier, mach einfach weiter. Du schaffst das. Achso, er hat nur drei. Okay. Und das sind dreimal Gesteinstypen. Oh, oh, oh. Das wird was. Das kann wirklich was werden. Denn Kann die Nui bringt jetzt nicht so viel gegen Gestein. So wie ich das hier miterlebt habe. Was ist das denn überhaupt da, was er da macht? Keine Ahnung, was er da macht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Vor allem, er wechselt die ganze Zeit. Als ob das was bringen würde. Ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. So. Arcane Magie. Wie viel machst du? 53. 53 ist super. Außer wenn er als erstes angreifen darf. Dann ist 53 nicht ganz so cool. Oh, er hat gewechselt. Das ist auch gut. 40, ja. 56. Dann machen wir hier mal ganz, ganz schnell. Heilungstrank für dich. 39. Ja, ja, 39. Super. So, hier. Weg mit dir. 70. Nice. So, den machst du jetzt auch weg. Oh, oh, oh. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Hier, Sicherheitshaber. Oh, nicht du? Ja, hier. Und dann haben wir es auch schon, ne? Sehr geil. Sehr, sehr cool. Aber das Wargoyle ist echt cool. Das hätte ich ganz gern. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch eine dritte Entwicklung hat. Achso, oh Gott, er hat nur eins. Geschwächt. Egal, haben wir locker easy geschafft. Nice. War gar nicht so schwer, wie die anderen Kämpfe sonst. So sei es, Moritz. Bist du hier, um Vados zu treffen? Dann geh weiter. Die totale Hilflosigkeit, die du empfinden wirst. Die reine Furcht, die du unter seinem Blick erleben wirst. Ja, du wirst endlich verstehen, wie es dich anfühlt, ein bloßer Mensch zu sein. Äh, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne erstmal heilen gehen. Wenn ich das darf. Darf ich heilen gehen? Ich guck mal. Ich guck mal. Ah! Oh mein Gott, ich darf heilen gehen. Okay, dann kommt da wahrscheinlich gleich wirklich ein Kampf. Ich bin gespannt. Aber sicher ist sicher, ne? Wir heilen uns jetzt wirklich. Weil, sonst sieht das wieder ganz schlimm aus. Ganz, ganz schlimm. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke. Die Liga hatten wir ja quasi schon, als wir gegen die vier Power Rangers da kämpfen mussten, oder? Das war doch schon so ein bisschen Liga-Feeling. Deswegen, dass man nur einmal heilen konnte und dann vier Leute platt machen musste. Hm, so. So. Naja. Wir schauen mal. Und die Gilde soll ja dann irgendwie nicht mehr existieren. Ich bin gespannt, wie sie es machen. So. Weiter geht's. Oh Gott, ich hätte speichern müssen. Speichern. So. 26 Spielstunden haben wir schon. Wow. Damit hätte ich echt nie gerechnet. Wirklich nie. Ich dachte, ich würde das Projekt nach zwei Folgen beenden. Oh, wer ist das denn? Hallo Moritz. Atlas. Das ist der Geist von damals. Ich bin gekommen, um dir zu danken, Moritz. Du bist dabei, die Dinge zu richten, die Dinge, die ich aus der Wahl gebrachte, als ich Omnikron vor vielen Jahren besiegt habe. Mir ist bewusst, was ich getan habe. Um meine Gegenwart zu retten, entschied ich mich, deine Zukunft zu zerstören, Moritz. War Omnikrons Fall alles in allem wirklich gut für unsere Welt? Warum erzählst du uns das? Weil du nicht anders bist, als ich, Moritz. Du trittst gerade in meine Fußstapfen. Du bist kurz davor, war das zu zerstören, nicht wahr? Er ist eine Bedrohung, wie Omnikron vor tausenden von Jahren. Hört auf meine Worte, Freunde. Was ihr tun werdet, wird für immer die Geschichte verändern. Du wirst der König der Monster werden und für eine Ewigkeit regieren. Ob du es willst oder nicht. Haben wir überhaupt eine Wahl? Valus wird uns früher oder später jagen. Natürlich müssen wir ihn bekämpfen. Ja, ist er denn, Valus, sagt? Ah, ich will zu dir, Moritz. Ich will mit dir kämpfen. Ich erwarte dich seit einer Weile, Moritz. Was für eine Ehre, endlich den König der Monster zu treffen. Ja, Moritz erkennt deine Identität. Oh ja, ich weiß genau, wer und was du bist, Kind. Ich kann durch deine menschliche Tarnung sehen. Ich kann das böse und hässliche Verderben sehen, das in dir steckt. Verderben? Du bist das Verderben hier. Du bist doch nicht mal ein richtiges Nexemon, Idiot. Boah, der beleidigt einfach den Typen da. Wow. Toll. Toll gemacht, Atlas. Ja, ob ihr es mögt oder nicht. Ich bin kein wirkliches Nexemon. Die Nexemon sind eine Seuche. Sie zerstören unseren armen Planeten mit ihren barbarischen Anstrengungen, einen alten König zu ersetzen. Die Nexemon sind ein Fluch. Die armen Menschen dieser Welt kauern vor Angst hinter hohen Wänden und falsche Hoffnungen. Nexemon sind eine Geisel. Sie sind eine Verkörperung von allem Falschen in unserem Leben. Übertreibend. Und du, Moritz, bist der abscheuliche König der Nexemon-Plage. Okay. Musst du uns jetzt weg, ja, ne? Hör mir gut zu, Moritz. Ich wurde dazu erschaffen, die Menschheit um jeden Preis zu beschützen. Was auch immer passiert. Um endlich Frieden zu bringen, muss ich den Schandfleck namens Nexemon auslöschen. Deine bloße Existenz. Ich kann es nicht zulassen. Verschwinde mit einem Lächeln, wohlwissen, dass diese Welt auf ein strahlendes Morgen zusteuert. Verschwinde. Okay. Was ist mit dem Luftschiff? Wow. Ich glaube, der Plan ist nicht aufgegangen, oder? Naja, was haben sie sich davon erhofft, ganz ehrlich? Was ist denn hier passiert? Wir haben eine laute Explosion gehört. Hey, Moritz, wach auf. Hat Vardos Moritz angerufen? Aber warum? Das kann nicht sein. Güte, Güte, ist er jung, okay? Ich frage mich, was Moritz getan hat, um Vardos so sehr zu verärgern. Bleib weg von ihm, Thelma der Gilde. Oh, Amelie. Oder? Ja, Amelie. Moritz ist deutlich gefährlicher, als ihr denkt. Erklär dich, Amelie. Ja, das macht auch keinen Sinn. Nein, ich glaube nicht, dass ihr das hören wollt. Du hast gerade einen deiner Thelma angegriffen. Na gut, Moritz ist insgeheim ein Tyrant. Und das ist auch schon alles. Ty-Ty-Tyrant? Moritz, ein Tyrant? Soll das ein Witz sein? Kann sich ein Deximon als Mensch tarnen? Nein, das ist nicht möglich. Jedes einzelne Mal, als Drachen Menschen angegriffen haben, war Moritz in der Menge. Der Vorfall von vor 15 Jahren? Genau, als Moritz geboren wurde. Und jetzt hat Vardos selbst Moritz als Tyrant anerkannt. Direkt vor unserer Nase hat uns dieses Monster alle getäuscht. Also tretet bitte zur Seite und lasst Vardos das ein für alle Mal beenden. Äh, ich bin gespannt. Na, nein, ich, nein, das werde ich nicht. Hm? Von allen Leuten ausgerechnet du? Sei ruhig. Oh, oh. Du wirst es bereuen, Ross. Hau ab! Oh, wer ist das denn? Es reicht, ihr seid jetzt alle still. Es ist Edward. Thema der Gilde, öffnet eure Augen. Die Sache, die ihr geschworen habt zu zerstören, liegt direkt vor euren Füßen. Unter uns wandelt ein gefährlicher Tyrant. Er hat uns seit dem Tag seiner Geburt getäuscht. Hä? Ich dachte, er wäre auf meiner Seite. Wir, wir sollen dem Wort überlassen? Ihr tut es für das Wohlergehen unserer Leute, sonst zählt nichts. Mann, das können wir nicht tun, das ist unser Freund. Euer Freund? Ein Neximon? Neximon sind eine Plage, sie sind Sporen, Sporen des bösen König Omnikron. Sie sind der Grund, warum diese Welt stirbt. Aber jetzt können wir uns wehren. Mit Vardos können wir diese ekelhaften Keatum auslöschen. Hört auf meine Worte und kommt zur Besinnung. Ihr sollt den Tyranten Moritz im Stich lassen, oder ihr werdet mit ihm untergehen. Das ist etwas Böse. Also, verstehe ich es nicht. Verstehe ich es nicht wirklich. Mann. Vielleicht wird Moritz dem Menschen vertrauen. Aber kein Mensch, der bei klarem Verstand ist, wird einem Tyranten trauen. Es wird sicher der Tag kommen, an dem die Menschheit sich gegen Moritz wendet. Also, sag mir jetzt, Dina. Wer wird sich in der dunkelsten Stunde deines Sohnes erheben? Jetzt bin ich ja gespannt. Die? Die Typen, wer ist denn das da? Ach, bin ich das? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Amelie, du gehst mit Vardos. Ich werde auf die Verräter aufpassen. Ich kann das alles nicht glauben, wie grausam das Schicksal doch ist. Scheitere jetzt, König Moritz. Aber scheitere wohlwissend, dass ich jede Sekunde davon verachten werde. Okay, Leute, das war's. Für heute, im nächsten Part, kämpfen wir gegen Edward. Und bis dann, euer Kamitor. Rino, ciao.